Und das ist ein super wichtiges Prinzip, das wir hier aus diesen Versen lernen. Immer wenn du vor der Entscheidung stehst, soll ich jetzt dieses oder jedes tun oder lassen? Stell dir erstmal die Frage, sündige ich damit? Verstoße ich damit gegen eines von Gottes Geboten? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jemandem einen Anstoß damit geben. Und wenn du jemandem einen Anstoß damit gibst, wenn du etwas tust oder etwas lässt, dann solltest du eben die Entscheidung treffen, okay, ich will niemandem einen Anstoß geben. Es ist keine Sünde, okay, ich kann es also tun, ich will niemandem einen Anstoß geben. Beispiel, wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine. Beispiel, innerorts müssen wir in Deutschland 50 fahren, außerorts maximal 100, nicht wahr? Steht das irgendwo in der Bibel? Nein. Okay, also dann können wir natürlich sagen, ja gut, das steht nur irgendwo in der Bibel, also warum soll ich mich daran halten? Aber warte mal, steht es irgendwo in der Bibel, dass es Sünde ist, sich daran zu halten? Nein, also du kannst es auch ganz einfach tun. Was wäre dann die richtige Entscheidung? Die richtige Entscheidung ist, niemandem einen Anstoß zu geben, okay? Nicht einfach sinnlos gegen Gesetze verstoßen, auch wenn die nicht in jedem Fall super sinnvoll sind. Natürlich gibt es in Deutschland auch viele ganz einfach dumme Gesetze, aber nicht alle dummen Gesetze sind automatisch sündhaft, sie zu befolgen. Das heißt, wir wollen niemandem einen Anstoß geben, also halten wir uns einfach daran und leben in Frieden mit unseren Mitmenschen, können sie erreichen, sind ein gutes Zeugnis und fertig. Das ist keine so große Sache. Das ist eine so große Sache.